Schönen guten Morgen, wir sind wieder bei Trackmania. Diesmal machen wir Level 15, wir gucken mal rein, holen wieder Gold. Den Versuchscouter habe ich wieder eingeblendet. Er erhöht sich halt, je nachdem wie lange ich brauche, um dieses Ding hier zu schaffen. Wie immer. Wir machen jetzt einfach mal los, holen Gold und ab geht die Fahrt. Oh meia, wieder so ein Tempo-Ding. Okay, 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 das lief schon mal nicht so schlecht. Ah! Okay, das lief schon mal schlecht. Alter, das geht ja direkt rund hier. Ja, du musst dich irgendwie, okay. Das wird ganz schön hässlich das Spiel. Diese Strecke, die wird ganz schön lustig, glaube ich. Aber ich glaube, da, ja, sonst fliegst du hier nämlich instant raus. Ich glaube, das haben wir instinktiv schon mal ganz richtig gemacht. Ja, Alter, uhuuu. Und hier musst du aber hart vom Stock gehen, weil sonst bist du da easy erstmal los. Next. Next. Oh weia. Dit wird ja lustig. Ja, das lief jetzt nicht so gut. Wir versuchen's. Ah! Jetzt überall gegenstrammen, ey. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, das Ganze. Oh, bitte. Ja, klar, Alter. Wieder gegengeschraubt. Ah, das wird nix. Freunde. Woo! Nice. Okay, rein in Looping. Und raus aus der Strecke. Ne, machen wir gleich mal neu, ne? Aber zumindest haben wir den Streckenabschnitt ganz grob ein bisschen geschnallt. Also nicht wirklich, aber zumindest. Versuchen wir's noch. Ah, okay. Ja. Auch viel vom Gas gegengegen gegangen, ey. Aber musste ja offenbar auch, sonst fliegst du überall raus hier. Dit ist schon nicht so einfach hier. Jo, dann hüpfen wir hier wieder rüber. Das war nämlich nice. Up in Looping. Hier so'n bisschen vom Gas. Sonst sind wir da gleich wieder raus. Oh. Ja, wieder ein bisschen vom Gas. Oh. Zeitlupe. Woo! Und drinne. Woo! Gleich Silber bekommen. Oh, wir müssen noch mal sechs Sekunden rausholen, um hier Gold zu kriegen, Alter. Das wird ja lustig. Äh, ja, dann machen wir mal los, wa? Hilft ja nix. Mal Gold holen. Sechs Sekunden. Aber zumindest haben wir jetzt hier mal so ne grobe Einschätzung vom Streckenabschnitt, wie... wie denn die allgemeine Performance ist. Oh mein Gott. Also hier holen wir offenbar nicht so viel raus. Okay, eine Sekunde haben wir schon. Aber hier musst du ja auch hart auf die Bremse steigen und musst du ja hier easy erstmal... Oh, aber hier viel Zeit, pardon. Ja, gut. Nein. Das wird uns hier aber Zeit gekostet haben. Und zwar richtig, jo. Check. Ja, aber da musst du auch mal davon gasten, Alter. Das ziehst du doch. Kriegst du sonst voll drüber. Okay, wir machen mal... Wie gehen wir das Thema jetzt an? Next. So wird das nix. Hier rein. Da rein. Hier so ein bisschen... Nein! Geh ein bisschen gegen die Laterne. Schengel. Pardon. Oh, nee. Das liegt nicht gut. Das liegt noch schlechter. Wir können ja nicht mehr dazu machen, sonst... da haben wir viel Zeit vor dran. Hier muss ich ja runter vom Gas. Ja, sonst fliegst du doch raus. Das musst du doch. Aber wir haben schon fast eine Sekunde Wut gemacht, ey. Ja, aber dafür musst du jetzt hier hart abbrengen. Das war ja natürlich der Tana Scheiß. Ja. 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 Ja, Mann, Alter. Du bist viel zu schnell. Das ist doch Kacke. Du kommst hier gar nicht zurecht dann. Wie willst du denn da durch die Dinger fahren, wenn du da krasses Tempo drauf hast? Ja, hä? Jetzt war ich da auch nicht schnell genug? Nice. Nice. So. Hier Stoff. Hier drüberhüpfen. Nicht gegen Schramm. Ohhhh. Ja, klar. So war ich langsamer. Hier hätten wir sonst schon eine Sekunde geholt. Jaaa. Wieso strammt der denn da irgendwie ewig weiter gegen? Ob ich da gegenlenke? Weiß man doch nicht, ne? So. Jetzt hier so rein. Jaaa. Das war jetzt nicht so toll. Aber auch nicht so scheiße. Alter. Ich will da so viel Zeit verloren. 50 Sekunden dahin, ey. Ey. Viel zu wenig Zeit rausgeholt, ey. Aber da wären jetzt bestimmt 2 Sekunden schon drinnen gewesen. Aber... Was soll man machen, ne? Jaaa. Genau. Schön gegen die Wande geschrabbelt, ey. Und RIP Zeit. Richtig Zeit kostet das. Anderhalb Sekunden, ey. Boah, heftig. Ich hab keine Ahnung, wo wir hier 6 Sekunden raus sollen sollen. Unnormal. Jaaa, dafür war das ganz okay. Ey. Wir mussten richtig vom Gas steigen. Sonst... Das passt steh ich nicht. Wie soll man hier 6 Sekunden rausfischen? Ist ja krass. Okay. Jaaa, aber es ist halt immer noch viel zu wenig. Ist ja nicht mal ne Sekunde, wie wir jetzt hier schnell da sind. Heftig. Heftig. Boah, jetzt haben wir natürlich wieder die Zeit verloren, ey. Jaaa, lächerlich. Echt ein Witz, ey. Jetzt wird er gegen gefahren. So, Freunde. Wo holen wir jetzt die... Jaaa. Hehehe. Können wir mal erklären, wo ich hier die Zeit rausholen soll? Ja, gut. Ich muss auch ne 4 Sekunden rufen. Ich trottetchen. Aber selbst das find ich ja schon ziemlich utopisch. Muss ich sagen. Äh, wie... Bis in 4 Sekunden, ey. Ja, hier vorne geht ein bisschen was. Jaaa, wusste man nicht. Lange nicht, Mann. Lange nicht. Hä? Jaaa, das läuft ja wirklich semi, ne? Also, muss ja... Muss ich ja mal ganz deutlich sagen. Das haben wir uns hier anders vorgestellt. So, da reinfahren. Hier wieder raus. Jaaa, ein bisschen Zeit gut gemacht, aber jetzt muss ich halt... Hart bremsen, ey. Wie hier sonst? Diese Posten hätten sie, ehrlich gesagt, auch schenken können. Ist so schon stressig genug, die Strecke. Aber klar, die sparen ja nicht mit Hindernissen, ne? Die wollen dann ja hier bis zur Weißblut bringen. Jaaa, okay. War schon mal ganz geil an sich. Ey, aber hier musst du so deutlich von Gas, so richtig deutlich, dass du hier nicht mehr rüber kommst, alter. Weil du viel zu schnell bist. Du hämmerst doch da in diese Kurve nicht mit 400 kmh rein. Dann fliegst du doch easy gegen die Bande. Ja, das war nice. War auch ganz cool. Ja, und das war wieder zu viel, ja? Das war zu viel? Das war scheiß. So. Ja, war okay. Hier musst du vom Gas steigen, weil sonst wirst du instant weg. Ja, 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 naja, aber viel Zeit verloren jetzt. Das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht. Wahrscheinlich wär besser gewesen, aber einfach langsamer geworden werden. Und dann klassisch durchgefahren werden. Ja. Ja, siehste, da musst du nämlich vom Gas steigen sonst. Nice. So. Rüberhüpfen. Hey. Was war denn das jetzt, ey? Okay. Ja, das können wir auch weg, Mann. Vier Sekunden müssen wir gut machen. Keine Ahnung. Wo wollen wir denn das machen? Und jetzt komm ich ja nicht mal mehr vernünftig über die Kurve rum, ey. Das kostet Versuche. Ja, klar, das war das schlechtste. Ja, klar, das war das schlechtste. Ja, die Sekunde, die wir jetzt da rausholen, ne? Das ist ja irgendwie ein Chopper auf dem heißen Stein. Ja, ne? Ja. Ja, ja. 1,30. Aber ist immer noch weit von weg. Von dem, was wir wirklich brauchen. Weil wir jetzt schon wieder Zeit verloren haben hier irgendwo. Da weiß man natürlich auch schon wieder nicht wo. Aber wer bin ich? Nachzufragen, ne? Das traut man sich ja hier gar nicht. Du musst so abkommen. Ja, das ist ja oberknäller. So, und jetzt bist du hier noch nicht mal wirklich schneller, ne? Also nicht wirklich so, ne. So, jetzt fahren wir ja gerade durch. Gut, wir sind jetzt 1,8 Sekunden schneller. Das ist jetzt schon mal ganz nett, ja? Uns fehlen immer noch zwei Sekunden. Über zwei Sekunden. So, dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, wo kriegen wir hier zwei Sekunden her? Naja, da hab ich jetzt wirklich keine Idee. Ich dachte nämlich eigentlich, wir sind hier schon echt krass sauber durchgeflogen. Ja, so ist schon mal nicht, ne? Naja, schneller war es mal. Aber wir können ja nicht weiterfahren. So, also, ab geht die Post. Ja, so wird das auch nichts, ne? Ich? Ich weiß nicht. Ich darf hier wahrscheinlich nicht zu knapp reinfahren. So. Rüber. Geflitzt. Okay, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit zu holen. Hier muss ich aber... Hier muss ich vom Gas, sonst... ...lieg ich hier doch über. Es ist wie es ist. Ich glaube, hier kann ich noch mal ein bisschen Zeit rausholen, wenn ich... ...hier so ein bisschen cleverer reinämpfe. Aber ja, ja, gut. Okay, da ist jetzt schlechter geworden. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir hier schneller rein sind. Aber nicht viel. Also, das hätte ich mir noch schenken können. Ja, das hätte ich mir auch schenken können. Einer Sekunde, ey. Da muss ich aber irgendwo nochmal rüber springen, glaube ich. Ey, wieso komme ich denn da nicht mehr rüber? Vorne bleibt. Wir machen so. Was ist der Scheiß? Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Alter. Ja, 349 Versuche hat es gedauert, deswegen war ich jetzt in dieser Runde auch sehr still, weil ich mich sehr konfrontiert habe. 349 Versuche. Das war voll scheiße. Egal. Ich habe es hinter mich gebracht. Wir haben jetzt Gold. Relativ solide glaube ich. Ja, viel langsamer geworden hier. Strecken wahrscheinlich zu viel, aber am Ende des Tages haben wir Gold geschafft. Ja, ist jetzt so. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.